hallo und herzlich willkommen hier wenn wir hier ja ich bin geld verdienen für noch ein feld ungefähr millionen ich fahr jetzt mal zum nidl dann hätten wir höchsten noch viele haben wir nicht mehr zu verkaufen wüsste jetzt nicht die mission kann man auch ansprechen der arzt geht aktuell in der ernte gleich zum abstation und der linkel geht ins lager hoflage und wieder umfallen gar nicht mal gucken mal jetzt müssen wir jetzt schicken jetzt nicht klappen und starken bauer nehmen das ist jetzt oben fahren zum zweiten mal passiert nicht so schön nicht so einfach alles verzogen normalerweise das kann sein dass es oben so plastik ist ja die woche in sicht für mich jedenfalls war schon die woche in sich vorbei wir haben ja ein feiertag am 8 dezember jetzt nächste woche und die folge kommen ja die woche raus mittwoch warte weiß ich es nicht im kopf wir sind ja auch passend mit dem event am sonntag nicht aber einfach ganz kurz lassen wir zwei drei vier weg und dann machen wir advent raus aber ich habe nicht ganz jetzt so hinterher komme hier ist an der tag genau ist so geht auch ich habe schon mal ein feld gekauft ein kleineres die hälfte auf dem besser wie nix also also ansehen und die runter und jetzt lassen wir die dämpchen da vorne stehen jetzt zur reihe bekommen gut manches geld reicht geht das feld ist noch mal zekale aber erst besuchen ich habe schon mal pech gehabt und war zu spät dran und dann war das abgeerntet und das ist in dem fall nicht der fall ich habe auch schon bald gut land hier ist mindestens 100 prozent da haben wir zumindest zwei felder abgeändert abgesichert und dann geht das gleich los wird verkauft wir sprechen wir hierüber weil da muss er hier weiter gehen ne wahnsinn ist er mit fertig mit schneiden den kann ich doch die nächste Wiese machen Mission die Lage war nicht schlecht die Lage würde im Verkauf auch viel Geld bringen da guck mal ob das sinn macht wo ist der andere überhaupt muss hier sein den schicken wir mal zum hof zur reparatur obwohl der macht ja automatisch ich gucke mal nach wo wir hinschicken können bei allen pressen möglichst ein großes auf großen auftrag mit viel mit viel fläche entschuldigung entschuldigung Karle 63 unsere fahrzeuge sind aktuell alle belegt 61 und 2 müsste ganz oben sein das ist trockener das machen wir nicht das ist ja schon bald generei so 47 ist also ist auch heu das hat meine bgh war das nicht gepätscht das ist mähen und ballen pressen das ist heu das ist heu das ist heu erst mal 61 da immerhin hat aber so tun das läuft und hier wollen wir gleich weiter fast voll mit der geld verdienen wird ja auch bezahlt und daher alles gut geht vorwärts hier die zeit die bremse abladen das ist ja schon mal gut aus hier 63 prozent abgeschlossen die Gras-Silageballen könnte ich bestenfalls haben hier eine BGH reinbringen bei den grünen höchstens direkt für DUNI vielleicht kriegt es sich für den Action nochmal durch und macht das was ich auch mit der Anlage für's annehmen kann aber jetzt aktuell haben sie bisschen viel Stress um die Ohren muss ja nicht heute Morgen sein irgendwann mal ein bisschen zu weit dann ist alles fertig und wenn das nicht so ist wenn wir Gras-Erden in den Permeter rein fahren und dann wird es auch normale Slage von daher ist das kein Problem mal gucken wie das mit Schweinefutter hin klappt das daher das ganze Programm wissen ja und das ist ja auch ganz wichtig wenn eine Flippersanlage Schweinefutter herstellt das da entsprechend auch das nötige Verhältnis passt nicht nicht dran nimmt er nicht auch ne ja Kurve fahren und so beladert das ist mir ganz unbekannt da sind gerade die Bänder weg und dann die liegt in rechts und dann ist das mit Chaos programmiert der ist schon mal gefährlich hier wo beim Baden Pressen liegt da haben wir noch vater üblich für 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 generalfutter für generalfutter für generalfutter für generalfutter ich dementieren wir es reicht noch für eine Stunde ich meine das hat ja alles auch ne abgesehen nur halt äh das Ohrgewände und so ne nicht oder mehr die 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 Ah, angekommen. Warum das Geräusch jetzt hier? So, jetzt zum nächsten. Klima nicht mehr voll. Dann müssen wir ein bisschen pressen. So dunsig heute nicht. Nix los. Ja, ich kenne wohl das Heckenliebe heute. Mittag war ja... Mittag war nicht so viel Zeit. Die Sterbremse. Da muss ich sowieso nicht geben. Und doch. Ablangen wollte ich nicht. 70 Prozent. 72. Ja, da muss ich eingreifen. Das wird nichts. Und... Den muss ich echt eingreifen. Wie immer... Ja, mach, ne? Also, Dinkel kriegt glaube ich nicht rein jetzt, ne? Die Produktion, ne? Vielleicht... Weil ich wieder reingehe. Vielleicht gebe ich wieder rein. Oder Schweine. Hier. Da muss ich auch noch mal aufbauen. Aber nie alles. Andere ein Teil. Ja, ne? Ja, nehmt du gar nicht. Das ist billerisch. Eigentlich auch nicht. Ja. 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 Ich hab's geahnt, ne? Ich hab's geahnt, ne? Ich hab's geahnt, ne? Ich hab's geahnt, ne? Ja, da war's auch über gewiesen. Ja, hier ist viel Arbeit, wo man durchzieht. Ja. Ich hab's geahnt. Guck mal, dass ich die Geschwindigkeit verschneidet. Ja, ne? Guck mal, ich hab's geahnt. Ob man das nicht lockes weg lassen könnte, ne? Ja, das ist gar nicht. Und wo das hin könnte, die gemäßig. Ja, das ist gar nicht. Warte. Ich hab's nicht. wieder nicht weiter nicht mühle sein letzten meter hat er mir da muss ich ja bald taktos haben für strohfahrt und er muss mir immer starten eine reihe 100 prozent jemand hat mir doch schön können ja so stur wie er ist und die Strecke muss nicht mehr an damit hundertprozentig kommt dann der Kurve nicht klar dann steht da oben was dann steht da oben Dann muss ich hier noch den ersten Strohweg fahren, dann kann ich hier mir auch andere Gedanken machen. Dann muss ich hier den ganzen Platt abtraglichen Merde anfolgen. Wo bin ich hier direkt bei uns gelassen? Der Bär ist schon, ne? Denk Bananer, weiß aber nicht. Entweder hat er hier nicht gewollt oder es war einfach nicht möglich. Aber ich muss trotzdem mit dem Kurs mal gucken, wo er lang geht. Dass ich da hochfahre, wie er fahren müsste. Wegen später bin ich zu groß am Ende. Auf jeden Fall können wir hier, äh, halten. Und da, wo Raps ist, garantiert auch... Grunde könnten wir die Fläche näher, wenn es alles Corona gefahren wurde, theoretisch zusammenlegen, ne? Auch praktisch gesehen. Ich baue hier auch kleine Flächen für Kartoffeln, wie gesagt, ne? Und da? Ja, das ist ja auch gar nicht. Oh, ich bin noch hoch oder fertig? Inkel bei der Mütte vielleicht. Kleine. Inkelmehl, okay, da kann ich da hinfahren. Das wäre jedenfalls Inkelmehl und dann könnte ich da aus später beim Bäcker was herstellen sicherlich. Ich muss nur hier aufpassen. Das sollte er eigentlich hinkriegen normalerweise. Den müsste ich mal zurückschicken. So, noch eine. Ja, da hat er ein bisschen Zeit. Wir schicken mal zum Hof, oder? Ja. Ja. Da kann ich mit einer anderen Koppel gespannen. Ich muss hier auch zum Mühle fahren. Oder ich lasse es sogar fahren lassen. 38 % hat auch noch Zeit. Ich stelle mal hier ein. Aber ja, war irgendwann, ne? Wo ich die Kalkbarger, wo ich zurück schicken zum Hof. Das sind Spezialtraktoren, da sind die ganz kleinsten. die sind, äh, die kann ich für die ganze Ernteaktion nicht verwenden. Da ist er so schwach. Und er ist auch fast durch. Wenn er wieder so weit ist, dass die entsprechend, äh, entsprechend, das beliefern können, ne? und abfahren können. Wo ist er? Häufahrt. Gut. Auf. Gepflanzt wird später. mutter auch ganz voll den brauche ich auf jeden fall auch prima mit zwei Feldern Stroh auf jeden fall und Robitan ist voll hat er gesagt verteilen ich gehe irgendwo Generator 1 Robitan aktivieren normal und den zwei erst mal einen nur müsste zur nächsten stunde schicken wir auf den Hof und den noch einmal programmieren mal ausklappen muss aus geklappt werden eigentlich würde ich machen aber wenn er kurz hinfährt ist er eh dann geklappt aber bei Missionswiesen würde ich keine so den alten Kurs mal löschen einen neuen Mann ich habe es hier hinbekommen mit dem Kurs bei ich kann hier schon mehrere Kurs drin wo ist der Anfangspunkt hier stopp wo ist maus nehmen wir da nur der Pfeil ist gerade vielleicht ganz oben ich fahre da mal selber hin dann müsste ich wieder die dinge ausklappen oder das so nicht aber das sollte schon voll gewesen sein ich sage mal schönen Dank was ich euch hauen tschau und morgen geht es hier weiter hier das war's gut so eher dran Leute tschuuuut 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 wie Untertitelung des ZDF, 2020